Setzen wir ein, ich warte am Bahnhof auf den Zug, bis er kommt. Setzen wir ein, ich warte am Flughafen auf das Flugzeug, bis es kommt. Ich warte am Flughafen auf das Flugzeug, bis es kommt. Die Wochentage stehen mit der Präposition am. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Der Monat. Die Monate stehen mit der Präposition im. Im Januar, im Februar, im März, im April, im Mai, im Juni. Der Monat. Die Monate stehen mit der Präposition im. Im Juli, im August, im September, im Oktober, im November, im Dezember. Und noch einmal. Ich habe mich gewundert. Woher sie gekommen ist. Ich habe mich gewundert, woher sie gekommen ist. Ich habe mich gewundert, woher sie gekommen ist. Setzen wir ein. Mich oder mir, dich oder dir. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Akkusativ. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Indien. Zuerst flog ich nach Indien. Dann reiste ich durch Indien. Am Ende der Ferien flog ich von Indien nach Deutschland zurück. Präpositionen nach, durch, von und wieder nach. Woher kommst du? Ich steige aus dem Auto. Woher aus dem Auto. Aus plus Dativ. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo bist du? Ich sitze im Auto. Wo im Auto plus Dativ. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich steige ins Auto. Wohin? Ich steige ins Auto. Ins ist Akkusativ. Wohin? Ins Auto. Ich gehe zum Auto. Wohin? Das ist die Richtung. Wohin? Zum Auto. Zu plus Dativ. Hallo. In diesem Video sind wir in Paris und stellen uns die Fragen woher, wo und wohin. Setzen wir ein. Links stehen die Sätze und rechts die Antwortmöglichkeiten. Woher kommen Sie? Ich komme aus Paris. Wo leben Sie? Ich lebe in Paris. Wohin reisen Sie? Ich lebe in Paris. Ich reise nach Paris. Ich liebe Paris. Woher kommst du? Ich komme vom oder aus dem See. Woher vom oder aus dem See. Von plus Dativ und aus plus Dativ. Von ist die Richtung und aus heißt wirklich heraus. Man war sozusagen im See. Wo bist du? Ich bin am oder im See. Wo am oder im See. Wo plus Dativ. Also am oder im. Am ist die Richtung und im ist, wenn man im Wasser war. Wohin gehst du? Ich gehe zum oder an den See. Wohin, zum oder an den See. Zu steht immer mit Dativ und an den See ist eine Wechselpräposition plus Akkusativ. Wohin? An den See. An den See. Ich grille am See. Wo plus Dativ. An den See. Untertitelung des ZDF, 2020